Ich will weitere Bereiche ansprechen, weitere Säulen unserer Politik, unseres Konzepts zur Bekämpfung des Fachkräftemangels. Ein ganz wesentliches Thema neben der weiteren Steigerung der Beschäftigung Älterer ist für uns die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit die Hebung der Potenziale, die wir gerade auch bei Frauen haben. Da liegen die größten und auch die am schnellsten zu aktivierenden Potenziale. Da geht es häufig nicht darum, Menschen qualifizieren zu müssen. Sondern wir haben viele hochqualifizierte Frauen, die aufgrund von Mängeln bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht arbeiten oder jedenfalls nicht Vollzeit arbeiten, obwohl sie es gerne würden. Die erwerbstätige Quote der Frauen liegt aktuell bei rund 70%. Das sind fast 10 Prozentpunkte mehr als vor 10 Jahren. Das heißt, da steckt viel Dynamik drin, es ist aber auch noch viel Luft nach oben. Denn rund 6,3 Millionen Frauen im erwerbsfähigen Alter sind nicht berufstätig und von den erwerbstätigen Frauen arbeiten nur 55% in Vollzeit. Ich will das gar nicht jetzt als Problem verabsolutieren. Wir hatten vor 10 Jahren eine Bundesregierung, die hat den Rechtsanspruch auf Teilzeit eingeführt. Und ich würde nie sagen, das hätte ein Rechtsanspruch auf prekäre Beschäftigung sein. So eine Teilzeitbeschäftigung ist nicht per se prekär. Es geht immer um die Frage, will jemand Vollzeit arbeiten oder nicht und aus welchen Gründen und um welche Rahmenbedingungen geht es. Aber in der Tat, wenn wir feststellen, dass wir mit der Quote von 55% Frauen, die Vollzeit arbeiten, auf dem vorletzten Platz der EU liegen, dann wird man sagen müssen, unabhängig von Einzelfällen, wo wir versuchen wollen, dass jeder sozusagen seinen für sich gewünschten Weg auch gehen kann. Jeder und jede. Dann wird man, wenn wir da auf dem vorletzten Platz liegen, sagen müssen, hier ist Handlungsbedarf. Und deswegen ist in den vergangenen Jahren in diesem Bereich ja auch vieles angeschoben worden, vieles hat in der Praxis dann auch mit den Fragen des Föderalismus zu tun. Aber das sind Fragen, die muss die Politik lösen. Die können wir nicht auf denen abladen, die zu Recht nach mehr Beschäftigung suchen und die wir in unserem Land auch brauchen. Die Richtung, die wir eingeschlagen haben, stimmt. Ich sprach davon, fast 10 Prozentpunkte höhere Frauen erwerbstätigen Quote heute als vor zehn Jahren. Aber der NAPO-Bedarf bleibt groß. Ich nenne das Thema Bildungschancen für alle von Anfang an. In der Wahlschule werden die Weichen gestellt, ob jemand später zur gesuchten Fachkraft wird. Und deshalb ist der dritte Sicherungsfakt die Bildung und zwar für alle von Anfang an. Immer noch verlassen sieben Prozent der jungen Menschen ohne Abschluss die Schule. Bund und Länder haben sich deshalb darauf verständigt, die Quote der Schulabgängerinnen und Abgänger ohne Abschluss bis zum Jahr 2015 auf vier Prozent zu reduzieren. Die Bundesagentur für Arbeit geht bei einer entsprechenden Verringerung der Schulabbrecherquote bis 2025 von zusätzlichen 300.000 Arbeits- bzw. Fachkräften aus. Und das sind Potenziale, auf die wir nicht verzichten können. Wenn ich das sage, bin ich mir allerdings auch der begrenzten Möglichkeiten staatlichen Handelns bewusst. Heute ist ja der bundesweite Vorlesetag. Ja, der Hubert Hüppelacht, also ich habe jetzt das Olchi-Buch nicht mitgebracht, aus dem habe ich heute schon vorgelesen. Aber in der Hinsicht bin ich auch konservativ genug zu sagen, es geht natürlich auch immer um die Eigenanstrengung der Kinder und es geht um die Verantwortung der Eltern. Die ist auch nicht aufgehoben, wenn sich Politik Ziele setzt. Also letzten Endes geht es nicht darum, sozusagen formale Bildungsabschlüsse irgendjemandem hinterherzuwerfen, sondern wenn wir die Quote von Schulabgängerinnen und Abgängern ohne Abschluss deutlich reduzieren wollen, ist das ein typisches Beispiel dafür, dass Politik weder allmächtig noch ohnmächtig ist. Also das Hausaufgaben machen wird nicht unmodern, weil Politik sich vorgenommen hat, die Schulabbrecherquote zu verringern. Das sage ich meinen Kindern und heute Morgen hatte ich die Gelegenheit, das gleich relativ vielen Kindern gleichzeitig zu sagen. Das macht nach wie vor Sinn, dass Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben machen. Das ist nicht durch Politik zu ersetzen. Aber das angesichts der Abbrecherquoten, die wir haben und des Fachkräftemangels, der uns droht, wir uns auch unserer Verantwortung bewusst sind, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und wir wissen alle, dass besondere Förderung, die Kinder aus sozial schwachen Familien brauchen, und das Bildungspaket setzt genau hier an. Das Bildungspaket setzt nicht da an, zu sagen, wir machen es jetzt leicht, den Abschluss zu erreichen, sondern das Bildungspaket setzt eben beispielsweise beim Thema der Nachhilfe an. Das Bildungspaket setzt da an, wo Kinder einerseits finanziell bedürftig sind und andererseits Lernbedarf, Nachhilfebedarf haben, uns dies zusammenzubringen. Das ist das, worum es geht. Wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass jahrelang immer Geld an bedürftige Familien ausgezahlt wurde, ohne dass die Aufstiegschancen der Kinder sich dadurch verbessert hätten. Es geht nicht in erster Linie um mehr Geld. Mehr Geld haben wir auch zur Verfügung gestellt im Milliardenbereich. Und ich glaube auch, dass man das ja auch mal sagen kann, bei allen Mängeln und Problemen, die es natürlich bei vielem gibt, was wir machen, meine Damen und Herren, über das hinaus, was wir bildungspolitisch schon machen, haben wir mit dem Bildungs- und Teilhabepaket mehrere zusätzliche Milliarden für Bildungs- und Teilhabeschancen für Kinder aus benachteiligten Familien zur Verfügung gestellt. Es ist meine feste Überzeugung, dass ein Vertreter der kommunalen Familie recht hatte, der gesagt hat, es wäre die erste kommunale Leistung, es wäre die erste Sozialleistung, auf der die Kommunen sitzen blieben. Die Kommunen werden nicht drauf sitzen bleiben, sie bleiben nicht drauf sitzen. Der letzte runde Tisch, den wir Anfang des Monats im Arbeitsministerium dazu gemacht haben, hat wieder bestätigt, die Zahl derer, die diese Ansprüche in Anspruch nehmen, steigt kontinuierlich. Und so ist es auch gedacht. Es ist ein Stück weit ein Paradigmenwechsel, nicht einfach Geld aufs Konto zu überweisen, sondern sich die Mühe zu machen, es wirklich bei den Kindern ankommen zu lassen, wo es wirklich hingehört, wo die Kinder es brauchen. Ich glaube, der Paradigmenwechsel ist wichtig. Die Erfolge stellen sich ein. Es sind mehr Kinder, die das in Anspruch nehmen. Und ich finde ein Land, das mehrere Milliarden zusätzlich dafür ausgibt. Und die, die es brauchen, darüber nicht nur auf Deutsch, sondern auf Englisch, auf Russisch und auf Türkisch schriftlich informiert, muss da anderen nicht nachstehen. Ich glaube, wir haben etwas Gutes damit auf dem Video gebraucht. Meine Damen und Herren, ich komme zum Thema der Aus- und Weiterbildung. Denn zum Schulabschluss gehört dann auch eine gute Ausbildung, um wirklich eine gute Versicherung gegen Arbeitslosigkeit zu haben. Anders als in früheren Jahren herrscht auf dem Ausbildungsmarkt in einigen Branchen und Regionen bereits ein spürbarer Bewerbermangel. Die Unternehmen öffnen sich nun auch für junge Menschen, denen der Übergang von der Schule in die Ausbildung schwerfällt. Der Ausbildungspakt setzt die richtige neue Schwerpunkte. Und der Fokus richtet sich auf benachteiligte und behinderte junge Menschen, Migrantinnen und Migranten sowie Altbewerber, aber auch leistungsstarke junge Menschen sollen für eine Karriere durch Lehre geworben werden. Die Förderung der beruflichen Weiterbildung ist ein Kernelement der Arbeitsmarktpolitik. Wir haben mit den Ländern gemeinsam in der Qualifizierungsinitiative das Ziel vereinbart, die Beteiligung an der Weiterbildung von 43% im Jahr 2006 auf 50% im Jahr 2050 zu erhöhen. In einigen Bereichen verstärken wir gezielt die Qualifizierungsbündigung. So hat die Bundesregierung Gespräche zu einer Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege gestartet, weil wir wissen, dass auch in diesem Bereich besonderer Handlungsbedarf besteht. Wir entwickeln deswegen mit Bund, Ländern und Verbänden gemeinsame Strategien, um den Fachkräftemangel in der Altenpflege zu bekämpfen bzw. ihn zu begeben. Last but not least geht es um Integration und qualifizierte Zuwanderung. Meine Damen und Herren, wir haben als Bundesregierung ein entsprechendes Anerkennungsgesetz vorgelegt, das im November vom Bundestag verabschiedet wurde, wo es darum geht, im Ausland erworbene Abschlüsse hier im Land besser anwenden zu können. Das ist mit vielen Detailproblemen verbunden, da darf man sich keine Illusionen hingeben, aber wir gehen davon aus, dass rund 300.000 Menschen, die bereits hier leben, davon profitieren können und uns dann ebenfalls als Fachkräfte zur Verfügung stehen. Meine Damen und Herren, mit den staatlichen Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben und den Zielen, die wir uns als Bundesregierung gesetzt haben, sind wir, denke ich, bei der Hebung von Potenzialen für Fachkräfte und beim Vorbeugen eines flächendeckenden Fachkräftemangels auf einem guten Weg. Aber wir brauchen natürlich die Unterstützung aller. Und das gilt für uns hier in der Region in den hohen Tagen so wie anderswo auch. Und deswegen ist es so gut, dass wir hier vor Ort so viele Menschen haben, die sich engagieren, die ihren Beitrag dazu leisten, den Fachkräftemangel insgesamt zu bekämpfen, Wege aus der Fachkräftepfalle zu finden und insbesondere auf diesem Weg auch Menschen mit Behinderung eine berufliche Perspektive zu schaffen. Ich möchte Ihnen allen auch im Namen von Ministerin Dr. von der Leyen dafür herzlich danken, dass Sie sich hier heute auf diesen Weg gemacht haben. Ich wünsche Ihnen furchtbare Diskussionen und Impulse, die uns alle gemeinsam weiterbringen, nicht nur hier in Hagen und in der Beruhrkasse, sondern da gilt, es gilt hier ja immer das, was in der Schule nicht gilt, hier darf man auch abschreiben. Es ist keine Schande, wenn wir gucken, was andere machen und was wir gut machen, davon sollen auch andere lernen können, denn am Ende geht es darum, den Menschen Perspektiven zu geben, für die wir alle aufrufen sind zu haben. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, für Ihr Kommen, Ihnen und uns allen einen erfolgreichen Tag. Wenn hier wieder zwei Hörer unter Ihnen sind, wir alle kennen die von der Leyen sehr gut. Ein schönen Gruß auch an die Familie. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank. Amen.